MDR Jump Podcast. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, das Duo Deluxe mit Stefan Ludwig und Olaf Schubert, der mir aus jeder Rombe seines Polunders entgegenblendet. Ja, weil ich mich wirklich freue. Endlich wieder Podcast. Ein Podcast, ein Podcast. Ich habe mich die ganze Woche gefreut. Das verstehe ich. Ich bin ein bisschen angekratzt, gesundheitlich und auch aus einem anderen Grund. Also was heißt ein bisschen, du bist schon. Das ist ja quasi ein Fleischsalat in Hausschuhe. Ja, ich habe mir, wie du es früher mal gesagt hast, eine Streptokocke eingetreten. Ja, ganz trübes Erscheinungsbild, Tump, Gesichtsfarbe, Ocker. Ich werde aber diesen Podcast durchziehen, werde meine ganze Kraft hineinstrecken und werde das auch schaffen. Die Frage ist, reicht das? Reicht das. Also eigentlich brauchst du ja, wenn es auf Augenhöhe vonstatten gehen soll, schon 120 Prozent. Mindestens. Und ich bin da, da bin ich ja immer noch bloß im Standby. Ja, ist richtig. Setz mich nicht bitte noch mehr unter Druck, als ich schon bin. Nein, wir schaffen das zusammen. Ich bin sowieso aus einem anderen Grund noch zerknirscht, weil ich zwei Fehler eingestehen muss. Nur zwei? Nur zwei. Das überrascht. Ja. Dazu kommen wir später. Zunächst müssen wir erstmal eine andere Frage aus der letzten Folge klären. Olaf, Casanova ist over. Ja. Das Stichwort. Richtig. Ich habe ein Beweis-Tape anbei. Da hören wir jetzt mal rein. Man merkt, die Zeit ging an den Magnetonbänden nicht spohlos so rüber. Welches Instrument spielst du? Äh, Schlagzeug. Aha. Singt da jemand? Ja. Weißt du, das ist eine Rockband. Ah, stimmt. Man hört auch Gitarren, glaube ich. Ja, das hast du vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen oder im Radio. Ich habe auch in einer Rockband gespielt. Ah, kennst du dich aus? Kenn ich mich auch. Warte, wir machen das erstmal wieder aus. Das klingt sehr interessant. Interessant? Das ist ja, glaube ich, das sagt man so, wenn man nicht in der Lage ist, ein richtiges Urteil zu fällen. Oder wenn man sich drum drückt. Ja. Ja. Man kann ja auch, das moderne Gesteinnehmer sagt, Daumen hoch, quer oder Daumen runter. Das ist ein sehr gutes Stichwort und ein hervorragender Übergang zu unserem ersten Thema. Wir sind ja beim D. Ganz genau. Wir sind ja nach wie vor, für Neueinträger, beim Bewerten der Schöpfung. Alphabetisch haben wir uns jetzt schon vorgearbeitet. Über das A, das B, das C sind wir jetzt beim D. Genau. Und letzte Woche haben wir mit dem Darm geendet, den du, ich zitiere dich nochmal kurz, in seiner Funktion als Pendant für das Wirken der Menschheit bezeichnet hast. Weil? Was auch immer sie investiert, zum Schluss kommt Scheiße raus. Apropos, kommt Scheiße raus, ist glaube ich auch falsch, wenn man sagt, wir haben geendet. Habe ich gesagt, wir haben geendet? Ja. Letzte Woche haben wir geendet. Müsste man sagen, endeten wir. Dann habe ich in dieser Folge also auch schon einen Fehler gemacht. Wir hatten geendet. Das wäre Plusquant perfekt. Wir haben geendet werden. Okay. Wir werden verenden. Wie auch immer, mein lieber Olaf, nach dem Darm beschäftigen wir uns mit einem weiteren Körperteil. Und du hast schon angekündigt, worum es geht. Wir ahnen es. D. Wie. Daumen. Unterscheiden den Menschen unter anderem vom Pferd. Besonders wichtig, wenn man etwas anfassen will. Zum Beispiel einen Griff. Unser Ausgangspunkt ist ja eigentlich, dass man sagt, die Schöpfung ist abgeschlossen. Trotzdem gibt es natürlich weitere Entwicklungen, auch evolutionäre, individuelle und auch gattungsübergreifend. Und so glaube ich zum Beispiel, dass der Daumen sich weiterentwickelt. Ich glaube, er wird größer werden, weil er ja nicht mehr nur da ist, um irgendwas festzuhalten. Eben den Griff. Der Griff ist übrigens eine der besten Erfindungen, die der Mensch jemals hervorgebracht hat. Durch das Tastentelefon. Ja. Da macht man ja so viel mit dem Daumen. Ich glaube, er wird geschickter, filigraner und er wird sich, ich könnte vorstellen, dass man in drei, vier Generationen oder vielleicht in 500 Jahren ganz, vielleicht hat man da noch einen extra Daumen auf der Stirn. Auf der Stirn? Zum Beispiel. Ja, wer weiß. Dann müssen wir uns überraschen lassen. Oder so ein kleines Zusatz-Däumelinchen, sodass man dann mit einer Hand mit zwei Daumen schreiben kann. Ja. Lass uns doch mal zusammenfassen, was du bisher über die menschliche Anatomie gesagt hast. Darm und Daumen bekommen die Höchstwertung. Die Achsehöhle hast du in der ersten Folge als... Moment. Fehlplanung. Gepannt, Marc. Ja. Die Nase findest du mit kleinen Abstrichen. Einfach Dufte. Und die Hoden beschreibst du zwar als Hingucker, bezeichnest sie aber trotzdem nur als Mittelmaß, da sie oft im Weg sind. Zum Beispiel beim Sitzen, Liegen oder Beischlafen. Wie würdest du, lieber Olaf, die menschliche Anatomie allgemein beurteilen? Das ist ja alles sehr symmetrisch. Zum Beispiel sind ja zehn kleine Finger ergeben eine Speiche. Eine Speiche? Ja. Also das ist ja alles so. Also zum Beispiel die Arme sind immer doppelt so lang wie die Hälfte des Oberkörpers in der Breite. Also da gibt es so ganz viele Verhältnisse, die stimmen müssen. Ansonsten sieht man so aus wie Bernhard Prink. Du hast dich zum Mensch auch schon allgemein geäußert. Wollen wir uns das anhören? Also wozu nehmen wir denn überhaupt den Podcast auf, wenn du immer sagst, das haben wir schon geäußert, das habe ich schon gesagt. Ist das jetzt schon die Zusammenfassung meines Öfris? Du hörst dir einfach an, was du gesagt hast und danach reden wir weiter. Ist dir das recht? Ja, wenn du willst, ist mir alles recht. Dann bitte. Mensch, insgesamt gut konstruiert, kann sehr gut laufen, liegen, stehen oder sogar sitzen. Plus, ist abwaschbar und attraktiv, betrifft allerdings fast ausschließlich modellweiblich. Minus, in Gruppen oft lärmend und umweltbelastend. Außerdem nicht verschleißfrei. Nach einigen Jahren arge Gebrauchsspuren. Dein Gesamteindruck, Olaf, bekiffte Menschen sind leichter zu ertragen als Betrunkene. Die Bewertung teilst du auf. Modell Mann erhält drei Sterne. Abzüge wegen Haarausfall und teils unangemessenen Gesamtverhaltens. Modell Frau bekommt zwei Sterne mehr. Wegen Busen. Der Mensch wird ja gelegentlich als Grund der Schöpfung bezeichnen, man muss aber die Frage stellen, ist er es wirklich, hat er es verdient? Was erhebt ihn jetzt über die Amöbe? Da bin ich gespannt. Ich weiß es ja auch nicht. Man sagt ja immer so, ja der Mensch ist eben so außergewöhnlich, weil er kann fühlen, das kann aber auch ein Lurch. Er fühlt zum Beispiel bestimmt Stürzung, wenn zum Beispiel für ihn was nicht so läuft. Ja, angenommen er hat Haushaltstag und dann fällt vielleicht ihm die Decke auf den Kopf. Die Lurch. Ja, so, dann sagt man immer, der Mensch ist außergewöhnlich und besonders, weil er hat eine Seele, aber die ist ja überhaupt noch nicht bewiesen, oder? Es gab mal einen Schauspieler am Neuen Theater, der ist leider schon lange tot, der saß mal betrunken in der Straßenbahn früh um vier und sagte dann auf einmal, die Seele ist eine Wolke über dem Herzen. Aha. Das fand ich sehr schön. Aber das ist ja auch nur ein Bild. Ja. Das beweist er auch nicht. Ich habe auch mal einen in der Straßenbahn reden hören, der hat gesagt, wenn ich die Rollos runter mache, ist bei mir immer Tag und Nacht. Ich finde, das hat ein Level. Ja. Vielleicht kannten die sich die beiden. Das ist möglich. Wenn die beide Straßenbahnen gefahren sind, sind die sich bestimmt mal gegen... Das ist durchaus möglich. In welcher Linie ist er gefahren? Das war allerdings in Halle, also das muss dann die Linie 2 über den Markt gewesen sein, wenn ich mich recht entsünde. Ich glaube, das war die Linie 2. Am Neuen Theater vorbei Richtung Rotafur. Naja, das ist ja jetzt nicht so. Naja, warum fragst du dann? Ich weiß, bei Straßenbahnen fällt mir immer eigentlich ein Satz ein. Und zwar war jemand, den ich kenne, in einem Zwinger-Club. Mhm. So, wo man, also wo die ganzen Nackedeihe, also wo unsittliche Handlungen, oder wo Handlungen vorgenommen werden, explizite. Und da saß der so an so einer Bar, an so einem Tresen und kam dann irgendwie so in so eine Strapstroller rein. Und da haben die auch nur so komische Schlüpfer und sowas an. Und dann haben die sich so unterhalten und dann sagte die so, naja, ich wollte eigentlich mit der Zwölfe kommen. Aber die hatte Umleitung. Okay. Und seitdem, also ich kann nie in meinem Leben in einen Zwinger-Club gehen, weil ich, dann müsste ich mich auch an die Bar setzen und sagen, dass ich auch mit der Zwölfe kommen wollte. Ja, aber ist der Mensch die Krone der Schöpfung? Und warum soll jetzt ein Schimpanse keine Seele haben? Warum soll er keine Wolke über dem Herz tragen? Stimmt. Ja? Ja. Nur weil sich der Mensch bewusst ist, macht ihn das ja auch nicht wertvoller. Nee. Und vor allen Dingen, er behauptet es ja nur. Genau. Und außerdem, was nutzt ihm die ganze Bewusstheit? Bewusstheit. Der Mensch kann ja rational denken, aber trotzdem irrational handeln, obwohl er sich seiner bewusst ist. Mhm. Also da fehlt ja ein Zacken in der Krone der Schöpfung. Mhm. Denn wenn jetzt zum Beispiel der Iltis einer Iltisin übel mitspielt, wenn er sich schübst. Mhm. Ungebührlich. Dann macht er das ja einfach so, weil ihm danach ist. Der sagt sich dann nicht, jetzt spiele ich einen Streich oder ich benehme mich ungebührlich. Sondern er folgt dem Instinkt, dem... Er schubst. Er schubst. Und der Mensch macht das ja dann mit Absicht. Müsste man eigentlich beim Menschen härtere Kriterien anlegen. Er muss sich die Krone der Schöpfung eigentlich noch verdienen, erarbeiten. Eigentlich müsste man ihm ein Zeug schreiben, er wäre in der Lage, bei höherer Konzentration bessere Ergebnisse zu erzielen. Weil er schwatzt. Weil man alphabetisch weitermachen? Mhm. Und natürlich muss man auch die Frage stellen, ist der Mensch ausgereift? Ich finde ja die Frage sehr interessant. Zum Beispiel, wie würden Stühle aussehen, wenn der Mensch die Kniescheiben hinten hätte? Das ist natürlich wirklich eine wichtige Frage. Ja, warum? Weil die sich, glaube ich, noch niemand gestellt hat. Ja, aber ist sie deshalb automatisch wichtig? Ja. Also klingt jedenfalls gut, wenn ich mir vorstelle, der Mensch hätte die Kniescheiben hinten. Das kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Ja. Oder woran merkt ein Glatzkopf, ab wann er sich das Gesicht wäscht? Ja, oder... Ach, du meinst den Übergang sozusagen von Stirn? Wo fängt der Kopf an? Ja. Eigentlich merkt man es nur an den Augenbrauen. Jetzt wollte auch mal jemand wissen, darf ich einer Bulgarin ins Gesicht spucken? Ich habe gesagt, ja, aber nur, wenn der Bart brennt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, weil ich diesen Witz auch kenne. Ach so. Ja, ich wollte jetzt auch mal das bisschen auflockern. Gut, nochmal weiter. D. Wie. D. D. R. Wir sind ja beide im Osten groß geworden. Du in Dresden, ich in Halle. Ja? Ja. Wirst du oft auf deine Vergangenheit reduziert? Ja, sehr oft. Das kenne ich auch. Man kommt irgendwo hin und dann hast du gesagt, ah, du bist ja aus dem Osten. Und dann sage ich immer, ach, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ganz vergessen. Ja, genau. Und da geht es ja jetzt noch über 30 Jahre immer noch schnell, dass man in so eine Vorwurfsspirale reinkommt. Und das heißt, ja, ihr habt das gemacht und ihr seid daran schuld und ihr habt dort versagt und ihr hättet das machen müssen. Und dann heißt es, ja, das war falsch und ihr habt das gemacht und dann heißt es, ja, du hast meine Oma schwul gemacht. Genau, sowas. Und? Und ich rechtfertige mich dann immer, indem ich sage, naja, wir hatten ja nichts. Ja? Nicht mal. Danke, Schöpfer, für das Vollendetste und Wichtigste aller Gefäße. Vorkommend in klassischem Holz, robustem Blech oder erhabenem PVC ist es unentbehrlich für daheim und unterwegs. Vor allem mit Henkel. Plus, offen für alles, was Inhalt sein will oder kann. Minus? Welches Minus? Das stimmt aber nicht ganz. Das ist jetzt ein bisschen überhöht zu sagen, es gab im Osten keine Eimer. Also Eimer gab es. Es gab allerdings nichts, was man in die Eimer hätte reintun können. Genau, das war das Problem. Also insofern war der Eimer eigentlich wiederum schon Überfluss. Und vielleicht habe ich deshalb auch beinahe eine, ich würde jetzt nicht sagen erotische Beziehung zu Eimern, aber schon eine sinnliche. Ich finde, der Eimer ist eigentlich das formvollendetste und auch praktischste aller Gefäße. Du hast ja auch mal gesagt, ich bin der sich selbst zum Brunnen tragende Eimer. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. Über mich? Ich bin der sich selbst zum Brunnen tragende Eimer. Ich weiß nicht wo, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Ja? Im Feuilleton. Vielleicht war es im Presseclub oder so. Möglich. Da versuche ich ja immer so ein bisschen was rauszuhauen und auch abzulenken. Jetzt, wenn man da so eine Frage gestellt bekommt, wie ordnest du jetzt die Situation ein, aktuell die Geschehnisse in Laos? Und dann ist man ja manchmal jetzt nicht ganz so up to date und dann versuche ich da so allgemein so ein bisschen Zeit zu schinden und dann kann man ja erst mal eine Viertelstunde. Über Eimer sprechen. Ja, aber der Eimer ist wirklich, sag mal, eben als Gefäß ausgereift. Die Tasse, könnte man das auch sagen, ist irgendwie vorm Fallend, aber sie ist zu klein. Die Badewanne ist zu groß oder das Fass, beziehungsweise der Bottich und der Eimer ist irgendwie das, dann durch den Henkel, also ich habe neben meinem Bett steht immer ein Eimer. Wie gesagt, es ist nicht so weit, dass ich ihn mit ins Bett nehme, aber steht immer da. Falls mal was ist. Nein, also einfach, weil ich ihn mag. Andere haben ein Plüschtier oder ein Teddy oder so und bei mir ist es der Eimer. Das Duo Deluxe. Schubert erklärt. Wie darf man sich Olaf als Kind vorstellen? Man darf sich mich vorstellen, wie man will. Oder wie meinst du das? Ich hätte jetzt gedacht, du sagst klein. Ja, aber ich glaube, das kann sich jeder selber vorstellen. Dass du klein warst. Ja. Also die meisten Menschen waren als Kind klein. Nenn dir Gegenbeispiele. Fällt mir keins ein. Wie kommst du jetzt überhaupt darauf, wegen der DDR, weil ich in der DDR klein war? Genau, weil wir beide ja in der DDR klein waren. Also ich war klein in der DDR. Ja, ich war auch klein. Und als Kind war man ja auch schon gesellschaftlich organisiert. Warst du Pionier? Ich war... Jungpionier mit blauem Halstuch? Ich war Jungpionier mit blauem Halstuch. Anschließend Thelmann Pionier? Anschließend auch Thelmann Pionier. Und warst du in der FDJ? Da war ich auch, sonst wäre ich nicht auf die EOS gekommen. Genau, und dann hast du ZV gemacht? Klar. In der EOS heißt Erweiterte Oberschule? Genau. Oder warst du auf der POS? Ich war auf der POS. Naja, da war man zuerst. Man war erst POS, dann kam man auf die EOS. Und hattest du PA? Lass mich nachdenken. Ja, wir hatten PA. Und ESP. Und UTP. ESP und UTP. UTP hatte ich nicht. ESP war Einführung in die sozialistische Produktion. Wir hatten ESP in der LPG. Aha. Ja. Ich hatte ESP in der HO. Ja? Ich glaube, in der Küche musste ich da aushelfen. Und warst du bei GST? Nee, aber im DRK. Okay. DSF war ich auch. Okay, und in VA? Musste ich, ja. Aber in der SED war ich nicht. Okay, und ich bin ja beim VBK eingetreten. Echt? Ja. Verband Bildner Künstler warst du. Ja, richtig. Also, weil ich wollte an die MLU und bin aber über die BBS dann beim ODF angekommen. Aber in der SED warst du nicht? Nee, nee. Auch nicht im FDGB. Nee. Aber in der KGD. Also nicht KGB, sondern bei einer Konzert- und Gasspildirektion. Warst du angestellt? Ja. Nein, nicht angestellt, aber registriert. Das wollte der ABV. Das war ich nicht. Nee. Okay. Und weißt du noch, was RFT ist? Ja. Äh, warte. Rundfunk... Der HD hat ja beim RFT gearbeitet. Der Heinz Dieter. Genau. Und der war IM übrigens, der HD. Beim MFS? Ja. Ach du Scheiße. Das ist nicht IO. Der Werbefunk. Kinder, ich geh kurz einkaufen. Ach Mutti, bringst du uns was mit? Was denn? Was Spannendes. Aha. Und was Nützliches für den Haushalt. Oh. Und schön groß muss es sein. Aber das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Was mach ich nur? Sie wissen nicht mehr weiter? Da haben wir was für Sie. Lodenmüllers Mietgiraffen. Der kostengünstige Freund für die ganze Familie. Ein Spielkamerad für unser Meerschweinchen. Ein freundlicher Helfer beim Apfelflücken. Und auch als dekorativer Raumteiler macht die Mietgiraffe von Lodenmüller immer eine gute Figur. Eine Mietgiraffe. Eine Mietgiraffe. Lodenmüllers Mietgiraffen. Lodenmüllers Mietgiraffen. Weil ich es mir wert bin. Man wird ja manchmal gefragt, was war das Gute an der DDR? Ja. Ich glaube, das einzig, was wirklich gut war, dass es nicht materiell so überbottend verfrachtet war wie jetzt. Genau. Immerhin gab's. Man hat sich an den kleinen Dingen wirklich gefreut. Sowas wie Weihnachten. Da gab's dann Geschenke, auf die hat man sich schon sieben Jahre vorher gefreut. Weil man musste die ja auch anmelden. Also bei den Autos hat das noch länger gedauert, glaube ich, 18 Jahre? Mindestens. Für einen Zastava oder für einen Chiculi? Richtig, ja. Und auf Geschenke musste man sieben Jahre warten. Das war natürlich doof, wenn man sich jetzt was gewünscht hat. Wenn man dann angenommen mit 19 dann so murmeln. Ja, das war doof. Da war man dann manchmal wiederum enttäuscht, weil es so lange gedauert hat. Musstest du Geige spielen zur Bescherung? Ja. Ich musste immer Geige spielen. Ich auch. Also bei uns gab's so einen ganz strengen Ablauf, Heiligabend. Mein Vater hat das einzige Mal im Jahr in der Küche gestanden. Und er hat dann den Rotkohl selber gemacht, hat die ganz selber in den Ofen geschoben. Dann kamen so gegen 16 Uhr mein Patenonkel, mein Onkel Peter, meine Tante Dagmar und Dorene, mein Cousin. Und dann saßen alle auf der Couch, dann war da, das sieht man sieht jetzt nicht, dass du so aussiehst, als ob du gleich einschläfst. Nein, nein, ich finde das total spannend. Wer kam denn noch? Nee, das waren die Vikaren. Achso. Dann hat mein Vater am Weihnachtsbaum geläutet, an der Glocke, die ihren wichtigen Platz hatte. Das war eine mundgeblasene Glocke aus Glaucher. Lauscher. Lauscher. Ja. Und dann musste ich Stefan Geige spielen. Und dann habe ich die A-Dur-Tonleiter vor mich hingefitzelt und meine Verwandtschaft war hart im Nehmen, die haben sich nichts anmerken lassen. Und erst dann war Bescherung. Dann wurde es so richtig weihnachtlich. Genau. Bei vielen gab es ja auch Kartoffelsalat. Ja. Da gibt es ja dann auch große philosophische Verwerfungen darüber, was muss an diesem Kartoffelsalat dran. Kartoffeln. Richtig. Mayonnaise mit Ei oder ohne Ei oder Zwiebeln, gelegentlich Hering, also Fisch. Ja, Fisch. Die unterschiedlichsten Sachen. Kapern zum Beispiel. Nein, das kann ich nicht. Meine Oma hat zum Beispiel auch so ein ganz kleines bisschen Gurke. dran gemacht. Saure Gurke. Und mein Opa hat mal in den Kartoffelsalat gekackt. Also aus Versehen. Also nicht aus Protesten, sondern aus Versehen. Nein, das war ein Missgeschick. Das Duo Deluxe. Thriller-Autor trifft. Gedankengigant. Ich habe übrigens, ich war ja im Jugendblasorchester der Stadt Dresden. Ich denke, du hast Schlagzeug gespielt, so ein Geiger. Ja, aber da... Brauchten die natürlich auch Schlagzeuger. Und was wollte ich erzählen? Und die unterschiedlichen Jugendblasorchester der Stadt waren vereint in den Bezirksmusikkorpsen. Korpsen. Ja, also da gab es eben vom Bezirk Gera, vom Bezirk Suhl und vom Bezirk Magdeburg. Die hatten alle Bezirksmusikkorpsen. Und alle Bezirksmusikkorpsen haben dann beim 11. Parteitag der SED, beim 11. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der in Berlin stattfand, ich glaube 1988 oder 89 irgendwie, vor dem Palast der Republik musiziert. Ich glaube, das waren 10.000 Kinder. Und du warst dabei. Und ich hatte da eine Woche schulfrei. Da war ich mit einem Freund, haben wir da privat untergebracht, in Berlin, bei Lydia Hase. Ich glaube, sie war eine leichte Alkoholikerin und hat uns zum Frühstück immer so Schnitten geschmiert, ganz wenig Butter bloß und so ganz dünne Marmelade. Und die hatte, glaube ich, immer leicht ein Sitzen und deshalb war das auch egal, wenn wir zurückgekommen sind. Und dann an einem Abend haben wir Alkohol getrunken und weil eben kein Eimer neben dem Bett stand, habe ich aus dem Bett gebrochen, das weiß ich noch. Und wir haben einfach den Teppich drüber gebrochen und sind dann abgereist. Da habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen. Das ist nicht zu Recht. Also das macht man nicht. Nee, das macht man nicht. Also da muss ich mit mir nochmal. Aber bei diesem Korb hattest du eine richtige Uniform und so eine Mütze? Ja, wir hatten so eine orangene Präsent 20-Jacke, so mit solchen silbernen Knöpfen und so großen Krägen. Blaue, ganz kratzige, ekelhafte, widerliche Hosen. Und dann standen wir da vor der Partei und Staatsführung und da stand auch Gorbatschow neben Honecker und Yasser Arafat. Und ich glaube auch, die waren alle da, Ceausescu und wie hieß der? Fidel Castro? Fidel Castro und wie hieß der tschechische Staatsratsvorsitzende? Oh. Ich glaube, Gustav Husak. Das ist möglich. Und der albanische Generalsekretär ist, glaube ich, Enver Hocza. Mhm. Todor Schivkov aus Bulgarien. Wen gab es noch? Mehr gab es, glaube ich, nicht. Nee, mehr gab es noch. Ungarn. Polen? Genau. Lech Walesa. Nee, der war nicht. Ach, der. General Wojcik Jaruzelski. Genau. General Wojcik Jaruzelski. Und natürlich der ungarische, Emelke Pösteni. Das war eine Schlagersängerin. Nein, das war Choreografin beim Fernsehballett. Ach, stimmt. Was du alles weißt. Ja, und jedenfalls haben wir da musiziert und Alexander, mein befreundeter Band- oder Orchester-Kollege, wir haben dann immer so Schabernack getrieben. Neben uns dann zum Beispiel ein Tubist, dem haben wir immer Tee in die Tuba gekippt und dann hat er so gegurgelt, das klang dann wirklich wie so ein röhrender Hirsch und dann kamen immer so Aufseher vorbei mit der Peitsche oder die hatten auch so Elektro, konnten die so Elektroschocks geben, wenn man falsch gespielt hat. Und natürlich kam dann aus der Tuba bloß raus und dann hat er immer so Stromschläge bekommen. Okay. Das fanden wir toll. Das fandet ihr toll? Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nichts dafür, der Dr. Olaf und der Alexander, die haben hier, naja, das war meine schönste Erinnerung an die DDR. Ja. Äh, zur DDR hast du auch ein Fazit gezogen. Netter Versuch. Sollte der Schöpfer seine wackeren Schäfchen etwas ähnliches noch einmal probieren lassen, dann nicht einfach nur anders, sondern bitte besser und unkomplizierter. Die DDR war eigentlich ein Fehler in der Geschichte, oder? Würde ich nicht abstreiten. Apropos Fehler, hattest du nicht noch etwas, das du eingestehen wolltest, dass du unseren Hörern und Hörerinnen und allen dazwischen schuldig bist? Ja, das stimmt, ich muss eingestehen. Ich habe mich geirrt in der letzten Folge. Wie bitte? Ich habe mich geirrt in der letzten Folge. Stefan mit PH hat sich geirrt. In diesem Punkt habe ich mich nicht geirrt, was das PH betrifft, aber im Punkt zu Ziffern hattest du recht. Ziffern sind immer einstellig. Es gibt zehn Stück insgesamt von 0 bis 9. Dafür schäme ich mich jetzt für diesen Irrtum, den gebe ich hiermit zu. Und weißt du, was es noch gibt für eine spezielle Ziffer? Mhm. Soll ich einspielen? Mhm. Weißt du, was das Wichtigste, glaube ich, an der ganzen Situation ist? Dass ich den Fehler zugebe. Nein, dass du dir es merkst, dass ich eigentlich bei solchen Sachen immer im Recht bin. Und dass du gar nicht immer so trotzig so, naja, klar, bitte, 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 wie so ein bockbeiniges Kind, die dich immer so auf die Hinterläuse stellst. Ja. Weißt du, achso, das wäre doch ein Schritt nach vorne. Also wenn wir vielleicht jetzt noch länger miteinander zu tun haben, wenn bei weiteren Podcasten müssen wir ja irgendwie, ist ja wie eine Ehe, ja? Ich sehe das ein. Gibt es das eigentlich auch, es gibt ja zum Beispiel Verkehrsteilnehmerschulung oder Paarberatung, gibt es sowas auch, Podcastschulung, Podcastberatung? Podcasttherapeuten? Ja. Ist vielleicht eine Marktlücke? Ja, denn es gibt, oder wer hat denn keinen Podcast? Nenne mir irgendjemanden, der nicht podcastet. Der Papst? Der Papst hat keinen Podcast. Aber ich glaube, der lässt podcasten. Ja. Also selbst der hinterletzte Bummelpopanz hat doch mittlerweile einen Podcast, oder? Und es gibt kein Thema, zu dem kein Podcast existiert. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und demzufolge, ja, wäre das schon an der Zeit, dass man da zum Fachmann gehen kann, wenn man sagt, wir sind eine Podcast-Beziehung, wir haben da Probleme. Ja. Zum Beispiel, der redet zu viel. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt auch erklärt. Und weiter mit dem... Übrigens, Moment. Mhm. Während du dich gerade für den einen Fehler entschuldigt hast, bist du dabei, den nächsten Fehler zu begehen. Und der wäre? Denn du hast in der letzten Folge nicht nur einen Fehler begangen, sondern ich glaube zwei. Nein, den zweiten Fehler, den hatte ich in der vorletzten Folge begangen, in der vierten. Ach, das hast du dir vorgenommen, pro Folge nur einen Fehler. Ja. Ich sage nur Kaffee-Kantate. Ja. Du erinnerst? Können wir das Original nochmal hören, nochmal Revue geschehen lassen? Auf dem Laptop meinst du? Hm? Ja, warte. C-A-F-F-E-E-Trink-Nicht-So-Viel. Das ist ein Kanon. Ja. Das ist aber nicht die Kaffee-Kantate. Das ist die Kaffee-Kantate. Könnte man das auch in Zeitluge hören? Also das überprüfe ich. Das überprüfe ich. Ich habe jetzt meinen Handy leider aufgestellt. Das klären wir ein bisschen. Das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge und ich bin sicher, dass ich da war. Das wäre ja das erste Mal. Naja, ja, ich habe mich gehört. Knapp daneben ist auch vorbei. Es ist jedenfalls ein Kanon von Karl Gottlieb Hering und nicht von Bach. Ich hatte immer gedacht, es würde zur Kaffee-Kantate gehören. Es ist nicht der Fall. Von Karl Gottlieb Hering. Karl Gottlieb Hering, ja. Hering kommt, wie gesagt, auch gelegentlich an Kartoffelsalat. Das ist ein schöner Bogen. Naja, irgendwann habe ich bestimmt auch mal recht. Ist ja nicht die letzte Folge, die wir hier machen. Ja, das wäre auch schön. Das wäre vielleicht auch noch ein kleiner Aufruf an die Hörer und Hörerinnen. Falls Stefan Ludwig mal recht hat, bitte in die Kommentare schreibt. Das schreibt, das sagt man so, schreibt es in die Coms. In die Kommis. In die Kommis. Das ist eigentlich eine ziemlich erbärmliche Welt, oder? Ich nehme das zurück. Ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendwas irgendwo reinschreibt. Ich auch. Die sollen uns einen Fax schicken. Wenn ich jemanden erwische, der irgendwas hat mit Strafe zu rechnen. Also das letzte, was ich geschrieben habe, war so heimlich unter die Schulbank. Ich glaube, es war sogar, habe ich da Heil Hitler geschrieben? Heil Hitler? Ja, ja, mit drei. Das war die größte Form des Protestes. Da muss man schon ganz schön Mut haben, um das zu machen damals. Ich glaube, sogar mit Ausrufezeichen. Wo hast du das hingeschrieben? So unter die Schulbank. Aber nicht dort, wo ich saß, sondern dort, wo Silke Schmidt gesessen hat. Also wäre ja der Verdacht auf sie gefallen. Was ich natürlich überhaupt nicht im Blick hatte, dass sie eine ganz andere Schrift hatte. Ja. Aber es kam nicht raus, wenn das rausgekommen wäre. Mein lieber Freund. Ja. Also ich schrecke ja gelegentlich nachts hoch im Schlaf. So wie in so einem Horrorfilm. Und so, nein! Da denke ich immer an Lydia Hase, dass wir dort diese Pizza auf den Teppich gelegt haben. Was? Was für eine Pizza auf den Teppich? Wo ich, wie sagt... Ach, wo du brachst. Ja. Erbrachst. Genau. Sozusagen, wo ich, wie nennt man das, Festkörper-Aerosole hinterließ. Und eben die Sache in der dritten Klasse mit Heil Hitler. Könnte man dafür heute noch belangt werden? Da müsste man aber nachweisen, dass du das warst. Aber wenn ich mich stellen würde? Wenn du dich stellen würdest, ich würde es mal probieren. Geh doch einfach mal zur Polizei. Und du bist mein Zeuge? Ich bin ja nicht dein Zeuge. Na doch, dir habe ich es ja gestanden. Na, du hast es mir gestanden. Aber das heißt ja noch lange nicht, ob das die Wahrheit ist. Stimmt, die würden ja auch rausfinden, dass wir gar nicht in der Klasse zusammen waren. Ganz genau. Das war bei Herrn Knopfe, mein Physiklehrer. Quatsch, mein Klassenlehrer. Nein, 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 der war ja erst später. Das war bei Frau Baumkertl. Mhm. Frau Baumkertl. Sie ist, glaube ich, sie ist, glaube ich, schon im Pädagogenhimmel. Ja. Sie kann mir das auch nicht bestätigen. Mal sehen, vielleicht behalte ich es auch für mich. Behalte es für dich. Ich behalte es für mich. Und dann bleibt es für immer jetzt unser Geheimnis. Ganz genau. Dieses Geschehen ist für immer geschwärzt. Es bleibt im Dunkeln. Es soll so im Dunkeln sein, wie es für eine Schnecke dunkel ist, auf der man einen Turnbeutel abgestellt hat. Es gibt ja Menschen, die ekeln sich vor Schnecken. Ich finde Schnecken viel besser als zum Beispiel Delfine. D. Wie? Delfine. Angeblich intelligent, angeblich sozial. Was machen sie mit ihrem Potenzial? Fressen Fische. Kleine, unschuldige Fische. Sogar Fischkinder. Pfui. Memo an den Schöpfer. Aussterben lassen. Umgehend. Du bezeichnest Delfine als Bestien in Monchichi-Gestalt, Olaf. Monchichi? Monchichi. Du hast Monchichi gesagt. Monchichi. Monchichi. Ja. Ja, weil man immer sagt, ah, die Delfine und die sind so intelligent und die sind so positiv und die Vibrations und so. Man gibt ja hier Delfin-Schwimmen. Therapeutisches Delfin-Schwimmen hat sich meine Tochter auch gewünscht. Aber ich war dagegen, habe gesagt, wir machen Therapie-Schwimmen mit Delfin-Schwimmen. Delfin, aber die alternative Variante. Die wäre? Die ist mit Karpfen. Ach so. Also ist auch viel preisgünstiger. Da muss man ja nicht erst jetzt hier in die Karibik, sondern waren wir in der Teichwere Pöhl und trotzdem hat es gewirkt. Inwiefern? Also das war gegen Ausschlag. Also der ging auch weg. Der Ausschlag? Ja. Zwei Jahre später nichts mehr zu sehen. Ich bin heute besonders gesprächig. Ich habe aber wirklich Probleme, mich zu konzentrieren. Gebe ich zu. Ja? Aber ich schaffe das. Ja, ich kann auch. Ich kann den Podcast. Dann leg dich hin. Ich mache das alleine. Leg dich hin. Wollte ich im Liegen weiter moderieren? Wusstest du, dass es erschreckende Videos gibt? Also das ganze Internet ist ja voller erschreckender Videos. Aber das hat man mir zugespielt, als ich mich mit den Delfinen beschäftigt habe für unseren Podcast. Da gibt es ein Video eines masturbierenden Delfins. Und zwar hat der Delfin dem Fisch den Kopf abgebissen und hat dann mit dem Fischkadaver, er hat sozusagen ihn penetriert und hat sich daran gütlich getan. Also hat dem Lust abgetrotzt. Jetzt frage ich mich gerade, ab wie viele Jahre dieser Podcast ist. Aber das ist doch alles Natur. Das findet ja statt. Ich glaube, dass man damit so diese heilige Kuh, die ja der Delfin irgendwie ist, jetzt im übertragenen Sinne. Ja, natürlich im übertragenen Sinne. Da kratzt man schon am Lack. Da wird er schon vom Sockel geschubst. Das haben wir zweimal schubsen gesagt in einem Podcast. Wann haben wir das erste Mal schubsen gesagt? Ja, wenn der Iltis, die Iltis sind. Ach stimmt, in die Brenne sind schubsen. Finde ich aber nicht schlimm. Und dann haben wir schon Masturbieren. Und also da sind wir, der ist ein Stück weit dirty. Der ist ganz schön dirty. Ist ja auch die sechste Folge. Ja, also wie gesagt, der Delfin ist ein Satan. Er ist Janusköpfig. Genau. Eigentlich ist er so ein trojanisches Pferd. Der Wolf im Schafspelz. Ja. Der Delfin ist ein Wolf im Schafspelz. War nicht schlecht. Ja, also dafür, dass du schlecht drauf bist, war das ziemlich gut. Ja. Das war das erste Vernünftige, was ich heute von dir gehört habe. D. Wie? Demokratie. Besser als Sozialismus, Feudalismus, Katholizismus, Sklavenhaltergesellschaft, Matriarchat, Faschismus und Stalinismus. Allerdings schlechter als Perfektionismus und Sexismus. Demokratie ist etwas sehr wichtiges. Wir nehmen das ja als selbstverständlich hin. Aber dafür haben ja Generationen von Menschen gekämpft. Natürlich. Dass wir heute sagen können, was wir möchten. Und man könnte da jetzt stundenlang darüber reden, was die Demokratie Positives hervorgebracht hat. Mhm. Aber weil man das stundenlang könnte, ist es gleichzeitig auch wieder langweilig. Ja. Wir reden über was anderes. Und zwar über den Faschismus. Über den schreibst du. Ich kenne einen, da wüsste ich jetzt gar nicht, also das klingt ja so doof, wenn man sagt irgendwie, er ist ein Faschist. Man stellt sich ja, wie muss man sich denn einen Faschisten vorstellen? Hat der was Spezielles an? Oder hat der was dabei? Einen Stock? Ich glaube, der hat vor allen Dingen sehr, sehr krude Ansichten. Also vielleicht, bei Faschisten gibt es ja auch solche und solche. Er ist ja eher für einen Faschismus mit Augenmaß. So einen moderaten Faschismus, sag ich mal. Einen Faschismus mit Augenmaß. Ja. Kann man das ein bisschen näher erfahren? Ja, da müsste ich ihn vielleicht nochmal im Detail fragen. Ich habe das Bild, ich mir eins so herausgehört, so aus Zwischentönen. Ja. Und hat der zum Beispiel einen Stock dabei? Nein. Gab es nicht auch mal so eine Zeit, dass man die an den Schnürsenkeln erkannt hat, die Faschisten? Genau. Da müsste ich nochmal gucken, was er für Schnürsenkel hat. Ja, da müsstest du nochmal gucken. Müsste ich ihm heimlich im Winter auflauen. Stell dir vor, ich klingel bei ihm und dann hat er zum Beispiel gerade Hausschuhe an. Tja. Oder Sandaletten. Oder Flipflops. Faschisten in Flipflops. Was machst du dann? Das wäre vielleicht auch ein schöner Buchtitel. Faschisten in Flipflops? Faschistinnen in Flipflops. Ja. Faschisten in Flips und Faschistinnen in Flops. Mhm. Und Flop, das wäre auch gleich so, da hätte man gleich so, haha, das ist nicht richtig, was er macht. Flop hat ja sowas. Doppeldeutig. Ja, ja. Also ich möchte dazu auch noch sagen, das ist ja auch, glaube ich, immer wichtig, dass meine Haltung zeigt, dass ich mich vom Faschismus insgesamt abgrenze. Unausgesprochen deutlich. Das Duo Deluxe. Ich finde das überhaupt keinen Unterschied, ob du eben sitzen, podcastest oder im Liegen. Also wenn wir das jetzt nicht thematisiert hätten, würde es, glaube ich, der Hörer, die Hörerin nicht merken. Dass ich liege. Ja? Ja. Also das ist ja einfach nur eine Frage der Positionierung des elektroakustischen Schallwandelaggregates. Genau, das ist unverändert. Ja? Also man merkt es nur am Sehen. Dass ich liege. Ja. Ja. Man hört es nicht. Ja. Du wirkst wirklich labil. Ich fühle mich auch gar nicht besser, selbst im Liegen fühle ich mich nicht besser, um ehrlich zu sein. Na, dann kannst du dich auch wieder hinsetzen. Dann kann ich mich auch wieder hinsetzen. Denn in puncto Respekt fühle ich mich dann mich doch schon mehr abgeholt. Wenn ich dir gegenüber sitze. Ja, also noch angemessener wäre, wenn du vor mir niederknien würdest. Aber gut, vielleicht angemessen ist auch Quatsch. Aber damit würde ich eher klarkommen. Ja, verstehe ich. Wobei, dass er vielleicht Schule macht. Denn das Rentenalter soll jetzt ja, glaube ich, wird doch jetzt debattiert, dass man das hochsetzt. Auf 70. Auf 70? Ja? Davon habe ich noch nichts gehört. Und könnte ja auch sein, dass man dann gewisse Tätigkeiten mit 70 eben so macht, im Liegen. Als Lehrer, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Oder als Lokführer vielleicht nicht. Ist schwer. Aber als Gleisbauarbeiter. Im Liegenarbeiter. Ja, die Gleise liegen ja auch. Ja. Also kann man sie ja auch im Liegen verlegen. Ja. Schriftsetzer geht zum Beispiel nicht im Liegen. Aber im Stehen geht das auch nicht. Nein. Nein. Das geht, ja. Schriftsteller geht auch nicht. Nee. Auf dem Liegenschaftsamt. Ja. Weißt du? Ja, ja. Das würde gehen. Ja. Führt das irgendwo hin, was wir hier gerade erzählen? Nein, es ist ja nur Auseinandersetzung mit dem Jetzt, weil du eben, dir geht es nicht. Vielleicht machen wir auch einfach Schluss. Ich glaube, das ist noch zu früh. Ja? Ja, wir haben noch, warte mal, lass mich gucken. Ich hatte ja noch was vorbereitet. Soll ich dir die Zettel runtergeben? Unterreichen? Ja, reicht mir bitte runter. Und zwar. Bitteschön. Was hast du denn noch vorbereitet? Jetzt bin ich ja gespannt. Mitten im Podcast. Was kommt denn? Damit willst du nicht einschlafen, mache ich so lange, mache ich immer ein bisschen Stimmung. Wuhu. Stefan, geht's nicht gut? Stefan, geht's nicht? Komm, wie kann ich dir helfen? Soll ich dir was bringen? Medizin? Arznei? Hustensaft? Nein, wir machen... Bauchschmerzen? Was, was da sind? Schildere doch mal. Lass mich einfach hier liegen, Olaf. Erzähl doch mal, was hast du für Symptome? Ich habe eine verstopfte Nase, wie man hört. Ich habe leichte Kopfschmerzen, leichte Fieber. Hast du schon inhaliert? Ich habe nicht inhaliert, nein. Das ist zum Beispiel wichtig. Zur Sekret-Staulösung inhalieren. Ah. Hast du auch Halsschmerzen? Ja. Schleim in den Bronchien? Eher wenig. Okay, hast du, warst du schon beim Arzt, man kann sich mal abhören lassen. Ja, nein, das habe ich nicht. Auf Lungentöne, Herztöne, Milztöne oder manchmal klappert auch einfach irgendwas. Nee, das habe ich nicht gemacht. Wenn der Arzt dann mal so schüttelt und da kommen so komische Geräusche, dann ist manchmal eine Schraube locker. Ja, also da würde ich dann ganz viel trinken. Tee, dreimal täglich Ei-Beschwurzelsud, natürlich Ingwer. Ich merke schon, ich bin so ein bisschen ein Freund der Naturheilmittel. Ja, ich merke schon. Ingwer, Tee, dann Thymian, Salbei, Spitzwägerich. Spitzwägerich. Ja, trinken, 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 trinken. Und ganz wichtig, ein Hausmittel meiner Oma. E wie Eigenurin. Zu Unrecht aus der Mode gekommenes Hausmittel, das in Krisenzeiten oft als Ersatz für Antibiotika zur Desinfektion eingesetzt wurde. Und da sind ja viele so, und Eigenurin, das hat man ja wirklich in der harten Zeit praktiziert. Und also, ich meine, wem der eigene Urin so eklig ist, der kann ja auch den Urin von jemand anderem nehmen. Ja? Ja. Es geht ja nur um die Wirkstoffe. Das ist ja vor allem Harn und Psylodezibin. Und das ist ja dann auch entzündungshemmend. Aseptisch, Antifungizid. Ja. Und Bakteriozid. Antibakteriozid. Nein. Antibak, also Fungizid heißt ja pilztötend. Und Antifungizid wäre ja unpilztötend. Jetzt hättest du ja fast wieder einen Fehler. Hätt ich fast wieder einen gucken. Hättest du nicht schon gelegen, hättest dich jetzt umgehauen. Hättest mich mit mir geschmettert, ja. Und wichtig ist auch Füße waschen, damit der Dreck aus den Ohren nachrutscht. Oft ist das ja auch einfach, sind das ja auch Verkrustungen. Ja. Und was auch gut ist, sind Tabletten. Ich habe, äh, wie heißen die? Tabletten kann ich dir geben. Ich hab auch welche da. Ja? Wo, wo? Neuangin heißen die, glaube ich. Bei Tabletten ist egal, kannst du. Also die müssen, ich sag mal, sie sollten ungefähr so groß sein. Ja, okay. Und am besten sind die lilanen. Ne, ich hab weiße. Weiße, also weiße, hab ich noch nie gehört, dass weiße Tabletten helfen. Ne? Ne. Gut. Also bei Tropfen, weiße Tropfen sind wohl ganz gut. Tabletten sollten wirklich lila, rosa, oder schon so ein bisschen so eine Alarmfarbe, wo man, boah, wo man automatisch denkt. Okay. Hm. Oder ich stehe mir ein. So, jetzt aber genug Gesundheitstipps. Themenwechsel. Das war unsere kleine Zwischenrubrik Gesundheit aus der Apotheke Gottes. Das hast du schön gesagt, ja. Ich hatte noch eine Sache vorbereitet. Ja? Deine Nächste Bewertung sollten wir uns einfach nur anhören. Ich sage aber noch nicht, worum es geht. Aus gesundheitlichen Gründen? Aus Spannungsgründen. Ah. Los geht's. international bekannter Filmstar, der sich mittlerweile von der großen Leinwand zurückgezogen hat und vom Blockbuster-Darsteller ins Charakterfach gewechselt ist. Das ist jetzt ein anderer Sprecher. Nachdem er früher zweistellige Millionengagen fordern konnte, konzentriert er sich mittlerweile auf die Qualität der Drehbücher. Seine letzte Produktion, ein Scheidungsdrama, wurde exklusiv im Internet veröffentlicht. Die kammerspielartige Inszenierung, das Stück spielt ausschließlich im Gerichtssaal, erschien ein wenig bemüht, redundant und dadurch eindeutig zu lang. Obwohl der Edelmime durch seine zurückgenommene Darstellung durchaus zu glänzen wusste, hat er als Jack Sparrow mehr überzeugt. Naja, jetzt weiß jeder, worum es geht, oder? Logisch, es ist... Wieder Schluss. Aber das passt jetzt sehr gut. Ich glaube, damit haben wir einen zufällig erzeugten Spannungsbogen zum nächsten Podcast. Wir legen ja quasi den Hörer damit an die Kette. Denn wer will jetzt nicht das Rätsel des Lösungs? Das ist dramaturgisch total geil. Also ein Glücksfall und gleichzeitig... Pech. Perfekt. Perfektes Pech. Ja. Was? Naja, also dass jetzt eben gerade Schluss ist, ist natürlich schade. Also für dich ist... Oder du bist ja auch krank, wir müssen ja auch Schluss machen. Ja. Aber gleichzeitig auch gut. Also jeder wird denken... Oh, wer ist das? Ja, also jetzt eine Woche rennen jetzt die Menschen rum und da werden vielleicht sogar mehr Verkehrsunfälle passieren, weil alle abgelenkt sind. Genau. Aber wir können es nicht ändern. Nein. Nein. Wie denn? Ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Ola. Ja. Hast du vielleicht jemanden, der sich auch ein bisschen um dich kümmert, der sich irgendwie, der dir was holt, der dir mal was kocht? Ja, Nudelsuppe. Oder einen Auflauf? Oder manchmal ist auch so ein Einlauf gut? Ein... Das ist auch ein guter Tipp. Das werde ich vielleicht gleich nach dieser Folge machen. Leg dich hin. Danke. Decke drüber. Tschüss. 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 Das Duo Deluxe. Ein Podcast von MDR Jump. In der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.